Moin! Dies ist nur ein ganz kurzes Infovideo bezüglich dreier Dinge. Und zwar der Games Convention, dem Dr. Pepper Cup und dem heutigen Streamplan. Und zwar bezogen auf die Games Convention, diese beginnt ja mehr oder weniger am Donnerstag. Ich bin schon am Mittwoch da, weil da quasi der Fachbesuchertag da ist und ich aus organisatorischen Gründen dort bin. Ich werde voraussichtlich bis Samstag bleiben, habe keine Ahnung, was ich da irgendwie bemerkbares tragen werde. Auf jeden Fall wird dort mein Bruder und ein guter Freund von mir ebenfalls dort sein. Und ja, wir werden das Ganze so ein bisschen dokumentieren und schauen, was da so abgeht. Wahrscheinlich ist sogar noch ein Fantreffen am Freitag geplant. Freitag 15 Uhr, aber dazu blende ich euch die Infos hier irgendwo ein. Die versuche ich auch so aktuell wie möglich zu halten, weil das natürlich organisatorisch relativ schwierig ist. Ich versuche auch so viele YouTube Allstars wie möglich zu organisieren. Der AIM und ich, die haben das so ein bisschen geplant, beziehungsweise AIM hat da so etwas die Fehlerführung. Und mal schauen, wie viel wir da zusammenkommen oder was so. Also wir hängen da einfach nur ab und entspannen uns, ist kein Problem. Genau, diesbezüglich der Gamescom. Dann bezüglich der Dr. Pepper Cups, denn das Finale findet ja auf der Gamescom statt. Und ihr habt es mir ermöglicht, dort der Caster zu sein. Ich werde das Ganze gemeinsam mit AIM dort als Duocast meine Zeit verbringen, sondern ich werde einfach das Finale casten, die drei Spiele halt. Oder zwei Spiele, ist ja ein Best of Three. Mal gucken, es wäre natürlich schön, wenn es drei Spiele werden. Und die Daten dazu findet ihr hier ebenfalls irgendwo. Die werde ich da einblenden. Denn voraussichtlich ist es halt, also es ist definitiv am Donnerstag, so, also am ersten Tag. Und zwar wahrscheinlich so gegen elf oder sowas geht es da halbwegs richtig los. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da zahlreich erscheinen würdet. Ihr seid ja quasi die Verantwortlichen dafür, dass ich es bis dorthin geschafft habe. Es ist eine große, große Chance für mich, mich auch auf einer großen Bühne da zu präsentieren. Und euren Support würde ich da auf jeden Fall wertschätzen. Genau, und das Letzte ist der heutige Streamplan. Ich mache heute einfach nur Abo-Games. Easy peasy für Breezy. Wahrscheinlich bin ich 20 Uhr dann da. 20 Uhr beginnt so ziemlich immer mein Stream. Wenn ich fünf Minuten früher oder sowas kann. Gut, das waren alle Informationen. Alles Nötige findet ihr auch in den Fußnoten. Und ich würde euch einen entspannen Tag. Ihr merkt schon, die Waschmaschine ist an. Bis gleich. Waschmaschine ist ein, waschmaschine ist ein.